Hallo und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal. Sofort und Waschi. 090. Das hat eben gerade so voll anmachemäßig geklungen. Ich habe gesagt Waschi. Wie du das so, so hallo auf unserem Kanal. Herr Gleich hat vor der Aufnahme zu mir gesagt, dass ich ein rassistischer Tiger bin. Ja, der diffamiert uns Waschbären. Was heißt denn hier uns Waschbären? Ich fühle mich da ganz wirklich sehr... Du bist nicht drin in der Kamera, also darfst du nicht reden. Ich fühle mich da wirklich zutiefst getroffen. Und die Tiger, die haben da, ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Ja, ganz böse. Also wir haben heute einen Kommentar von... Ich weiß gar nicht von wem. Ja, sofort, oder? Hallo, hier, lese mal vor. Mr. Waschi unten in der linken Ecke. Da ist ein Tiger. Sie haben im Video sogar erwähnt, dass ich es Ihnen gesagt habe. Das finde ich sehr unverschämt von Ihnen, dass Sie ihm... Also erstmal, wir sollten doch mit der Grammatik da nochmal, ne? Komma, das, das, das. So, das, das. Also da muss ich nochmal mit deiner Lehrerin reden oder mit deinem Erziehungsbericht. Hast du... Dass Sie ihm fünf Punkte gegeben haben, bitte alles mit Humor nehmen. Humor! Was für ein Humor! Ich kenne keinen Humor. Waschbären können keinen Humor. Nein, Waschbären kennen keinen Humor. Oh Gott, Waschbären. Leute, ich habe ein Plüschtier-Waschbär gekauft. Findest du den? Nein, 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 ganz gut, ganz gut. Waschbären. Ich habe mir einen Plüscht-Waschbären gekauft. Den poste ich morgen auf Instagram. Ihr könnt gerne mal alle vorbeischauen und liken. Und re-Instagrammen. Den hast du ja eigentlich nicht dir geholt, sondern den hast du ja mir geholt. Den hast du ja mir hingestellt. Den habe ich einem Waschbär gekauft. Ja. Ein Waschbär, einem Waschbär. Boah, ich muss sagen, ich finde den ja wirklich ganz knuffig. Also, wir fangen an mit... Was heißt denn hier, oh Gott? Du bist ein Waschbär. Du kannst keinen anderen Waschbären süß finden. Ich finde ihn nicht süß. Ich habe gesagt, ich finde ihn knuffig. Hilfe. Okay. Also, wir fangen heute an mit Mothmando. Mothmando! Mothmando! Den kann man sich gar nicht mehr angucken. Der ist schlecht. Was? Nein, nein, nein. Der wird sich nicht mehr angucken. Der ist doch schlimm. Nein, der ist schlimm. Ich habe den sogar in der Zwischenzeit mal auf der Map gesehen. Der war dann halt gleich wieder tot, aber er war da. Schön. Also, ich will ihn nicht sehen. Also, wir kommen jetzt zur Lampe. Warum? Aber die anderen Leute wollen ihn vielleicht sehen. Ich möchte diesen Skin nicht sehen. Die anderen wollen ihn vielleicht sehen. Dieser Skin ist schlimm. So, hier, da. Und der hat echt voll die guten Noten bekommen. Ihr Bild schon. Herzlichen Glückwunsch. Hast du gesehen, was der für gute Noten bekommen hat von den anderen Leuten? Leider. Irgendwas im 4,1er-Bereich von 5. Mussten Sie das gerade nochmal erwähnen? Ja. Okay, wir fangen an mit der Lampe. Ich würde sagen, 7 von 10. Finde ich eigentlich ganz wichtig. Ich finde, ja, und damit, jetzt stell dir vor, mit der Lampe wird der Mosman totgeschlagen. Okay, also, wir machen weiter. Ja, dafür ist es. Deswegen ist die ja da. 0 von 10. Was? 0 von 10? Ja. Wieso das denn? Ich hasse sowas. Was? Ich hasse Moskitos. Die können uns Tiger sprechen. Das ist kein Moskito. Das ist, also, ganz ehrlich, wieso, wie kommst du denn auf ein Moskito? Das ist eine Motte. Eine Motte? Noch schlimmer. Kannst du durch meine Klawatten beißen? Das kommt doch von dem Mosman. Ist mir wurscht. Mosman, die Mosman-Legende. Kennst du nicht? Nee, leider nicht. Will ich auch nicht kennen. So. Okay. Wie viel gibst du? Ja, ich hab dem Ding schon gestern. Ich glaub, ein 8 oder so. Okay, gut. Okay, wir machen weiter. Lamabel. Geil. Du bist aus deinem Körper raus. Bam, bada, bam, bam, bam. Wie viel gibst du? Bam. 10 von 10. Gebe ich. Ich geb 10 von 10. Ich find den inzwischen so kultig. Mega, mega kultig. Wie viel? Ich geb dem tatsächlich jetzt auch 10 von 10. Okay, dann kaufen wir. Das erste Mal das 10 von 10. Dann kaufen wir als Gifte, okay? Was? Nein. Warum denn? Nein. Nein. Nein, warum denn? Nein. Hab ich doch nicht. Hast du nicht, okay. Maximi. Ach Gott. Soll ich dir den schenken? Nein, den musst du mir nicht schenken. Den will ich auch gar nicht geschenkt haben. Ich find, der sieht aber trotzdem nicht so schlecht aus. Ich geb den Null von 10. Nein, ich find, ey, toll. Bei den anderen sagst du, die sehen aber toll aus, weil er Diffute den gekauft hat. Und da, der ist so viel cooler. Der kriegt von mir 6 von 10. Null von 10. 6 von 10. Null von 10. Machen wir weiter. Tree Splitter ist eine Standardachse mit so ein bisschen Hammer dran. 1 von 10. Ja, den find ich auch Schrott. Also, krieg von mir auch nur 1 von 10. Dann Battle Pass Tiers 0 von 10. Wie viel gibst du? Battle Pass Tiers kriegt für was? Wie findest du den Stern? 5 von 10. Ja, toll. Super. Der Stern ist ganz toll. Null von 10. Nein, nein. 4 von 10. Okay, 0 von 10. 4 von 10. Das ist mega geil. 10 von 10. Das ist eigentlich ganz cool. Das wäre nur schön, wenn man irgendwie selber bestimmen könnte, was da angezeigt wird. Oder? Ja, finde ich auch cool. Wäre cool, oder nicht? Ich könnte... Ja, dann würde ich den Fünder schon immer eine Null zeigen. Ja, zum Beispiel. Hier, da, Null. Null, Null, Null. Null, 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 Null. Geht dann alle abstaubern und alle Finisher. Also, wenn ihr da draußen ein Abstauber seid oder ein Finisher, dann, ja, dann bitte hört auf damit, dass es einplan würde. Ich denke, so. Das war jetzt ein Statement. So, wir beschenken uns heute mal selbst, damit er nicht kaufen muss. Du kaufst ja das tatsächlich? Okay. Oder? Wann war ich schon da, dass ich nachrechne? Ja. Ganz ehrlich, ich beschenke mich jetzt selbst damit. Du beschenkst dich selbst damit. I'm the coolest tiger in the world. Hashtag raccoons. Äh, raccoons are... Es wird schon mit zwei C, aber auch mit zwei O, oder? Nein. Doch, mit zwei C. Nein, es wird mit einem C geschrieben. Raccoons are not the best animals. Hey, someone wonderful sent you a gift. For me yourself, ja. Hello, I'm the coolest tiger in the world. Hashtag raccoons are not the best animals. Geh weg. Ich habe das bekommen. Geschenkt bekommen. Von wem habe ich denn das geschenkt bekommen? Hier haben wir es. Ist das witzig. Okay. So. Dann würde ich sagen, 10 pro 10. Warte mal. Wir versuchen jetzt mal unsere... Wir versuchen jetzt mal in jedem Video unsere Punkt halt so zu machen. Also ich gebe... Nein. 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 10 pro 10. Wie viel gibst du? Sag mal zwischendrin Stopp. Sag mal zwischendrin Stopp. Ich mache die Augen gerade so. Nein. Sag mal zwischendrin Stopp. Zwischendrin Stopp. Wenn da. Nein. Wenn deine Zahl gekommen ist. Also wenn deine Punkte gekommen sind. Für was denn? Für diesen Emote. Für diesen Emote. Ja, eigentlich musst du das jetzt erraten. Das kann doch ein Zaubertrick sein. Ich würde sagen... 6 von 10. Was? Du schätzt mich so ein, dass ich dem nur 6 von 10 geben würde. Ich gebe dem... Ich würde sagen 8 von 10. Ja. Da kommen wir der Sache schon näher. Nur... Ey. Gibt 10 von 10. Da. Nein. Ja. 0 von 10. Nein. Nein. 10 von 10. Also wenn euch das heute im Video gefallen hat, dann hat der es schon vorgemacht. Gebt mal ein Like. Der war späßt davor. Ich gehe runter. Abonniert den Kanal. Ich gehe runter. Ich bin weg. Und ja, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, Reinhard. Tschüss. Hashtag Raccoon are not the best animals in die Kommentare. Also Tiger. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von Tigern. Von den Tigern. Von den Tigern. Ihr seid echt eine frotzfreche Bande. Gut. Okay. Was soll man machen? Von gestreiften... Ihr könnt euch jetzt mal ganz kurz das Video angucken. Vielleicht pinst der gleich am Anfang an. Genau. Am Ende an. Und zwar Waschbär erzielt. Wir haben keinen Ratgeber für das Tiger gefunden, weil wir unerziehbar sind. Das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Ja. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Also wenn ich euch sage, wir wollen. Ich sage mal, 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 du siehst.